Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben die nächste SBC am Start, eine Flash-Spieler-SBC diesmal. Und zwar können wir uns den Inform Ashley Young holen, ich verstehe nicht so ganz, warum sie es machen, vielleicht kommen später wirklich noch Challenges, wo du halt Informs abgeben kannst oder so. Je nachdem, den können wir uns auf jeden Fall untradable holen. Wir brauchen mindestens einen Engländer, mindestens einen Premier League Spieler, maximal 6 Spieler aus der gleichen Liga, eine 80er Bewertung und eine 90er Chemie. Ich habe eine 100er Chemie, jeden Spieler auf Loyalität, aber sollte relativ easy für euch nachzubauen sein, auch ohne Loyalität, dann sollte es safe 90 sein, mindestens. Weil ich habe ja vorne eigentlich alles aus der La Liga, wenn man so will, denn hier mit Romeo und Koke noch zwei andere Spanier, hier noch ein Spanier, denn hier hinten halt so ein Dreieck aus Engländern. Relativ simpel aufgebaut, denke ich mal. Soll jetzt hier auch ein kurzes Video sein, weil es halt nicht mal ein Pack gibt oder so. Gibt halt nur den guten Ashley Young. Ich denke, ist klar, ich habe erst die Challenge erfüllt mit Forster eigentlich schon, Engländer aus der Premier League. Und dann hier halt drei Engländer drumherum, äh zwei Engländer drumherum, um die Stronglings zu bekommen und die auszusorgen. Und dann habe ich einfach nur geguckt, eine Nation, wo ich viele Spieler im Verein habe, die ich nicht brauche unbedingt. Und da war es dann halt La Liga mit, also ein 80er Rating in dem Dreh. Und da hat es dann hier mit der La Liga ganz gut gepasst, denke ich mal. Und ja, deswegen, also Forster, Koke, Shawkus, Jones, Grimaldo, dann Romeo, Garcia, rechts Pedro Leon, genau. Links ist Hurado, der ehemalige Schalker, das ist er, glaube ich, denn auf der 10 war Raul Garcia und im Sturm Ayosee, nee, Lucas Perez. Ähm, ja, das sind die Spieler, die ich benutzt habe. Eine Minute geht jetzt hier, das Video anderthalb, beziehungsweise fast zwei Minuten. Da ist das ja auch durch, also ja, es soll jetzt hier kein ewig langes Video werden. Ich öffne schon mal Photoshop nebenbei. Und ja, Leute, dann haben wir den auch uns geholt hier, Ashley Young. Hat ja keine Forster Skills mehr, sonst wäre es noch interessanter als Linksverteidiger, so auch nicht so gute Werte, um ehrlich zu sein. Denn, ja, nimmt man halt mit, ne, nimmt man halt mit. Und damit war es das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen da gerne in den Kommentaren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein!